Unqualifiziert und uninformiert. Das ist das Motto vom heutigen Podcast. Also eigentlich von jedem Podcast. Ich wollte es kurz sagen, eigentlich von jedem unserer Podcasts. Ja, herzlich willkommen zum Goddard Podcast, Akt Nummer 139. Heute natürlich wieder mit dabei der David, aka Dev. Hallo, Jens. Und mich kennt ihr auch, Ruki, äh Steven, beziehungsweise Ruki. Und falls ihr uns noch gar nicht kennt, dann hier die Info. Wir sind ein Podcast, wo wir jede Woche über einen blauen Igel reden, der sehr, sehr schnell nennen kann, rennen kann. Er nennt sich Sonic und ja, fliegt auch ziemlich oft mal auf die Schnauze. Ja, regelmäßig. Ja, und in Sonic Unleashed, in Sonic Frontiers. Genau. In Sonic Frontiers sogar, wenn ihr einen Boss irgendwie halb besiegt, dann erstmal auf die Schnauze fliegen. Erstmal einen Faceplant machen. Ich find das immer noch viel zu witzig. Ja, ich jetzt aber inzwischen, wenn sie es hoffentlich irgendwie rausgenommen haben und was Cooleres draus gemacht haben. Aber es ist schon witzig. Ich möchte, dass sie es drin behalten, bitte. Nö. Ich möchte, dass das ganze Internet voller Memes davon ist. Oh ne. Ja, also ich hab eine ziemlich beschissene Woche hinter mir, muss ich sagen. Oh ne. David, ich glaube, du weißt das ja eh schon. Also ich hab letzten Sonntag angefangen, Zahnschmerzen zu bekommen. Und die hatte ich dann die ganze Woche. Ich war Montag beim Zahnarzt, ich war Mittwoch beim Zahnarzt und Freitag nochmal. Und seit Freitag geht es dann jetzt auch endlich. Okay, immerhin. Es wurde mir nämlich ein Nerv abgetötet dann von dem Zahn. Wie sich aber am Freitag, also am Montag schon, wie sich am Freitag herausgestellt hat, war der Nerv aber gar nicht tot. Bin dann nochmal mit einem anderen Zahnarzt gewesen, wo mir jemand, der im Zahnlabor arbeitet, einen Termin organisieren konnte, noch spontan. Und ja, der hat mir dann die Füllung nochmal rausgenommen und war dann so, ha, der Nerv ist gar nicht tot. Oh nö. Ich mein, ja, wenn mir das so wehgetan hat, dann ist es eher unwahrscheinlich, dass er tot ist. Also es war halt die Woche schon besser, als dann am Sonntag und am Montag. Weil Montag, ich hatte eigentlich für Dienstag einen Termin abgemacht am Montag. Aber es wurde dann so schlimm, dass ich nachmittags da doch hin musste und das ging gar nicht. Ja, Zahnschmerzen sind eigentlich krass, weil ich das auch nie war. Und nach der Behandlung war es dann nicht mehr ganz so schlimm, aber es war halt trotzdem immer noch da. Und immer noch sehr, sehr unangenehm die ganze Zeit. Und ich konnte nicht schlafen deswegen. Ja, da bin ich ja. Also, Zahnärzte sind auch mein absoluter Entgegner. Ja, das kann ich dir auch verziehen. Da bin ich ganz bei dir. Ich muss ja auch mal wieder, ich schiebe das auch schon Ewigkeiten vor mich hin, weil ich einfach nicht gehen will. Aber ja, das wird langsam wieder fällig. Ich bin halt super schmerzempfindlich an den Zähnen und es verstört mich immer, was für Gerätschaften da plötzlich in meiner Mundhöhle drin sind und wie viele Finger da drin sind. Ja. Und ich weiß nicht, wie sie da überhaupt noch irgendwas sehen können. Ja. Keine Ahnung, die stopfen mir drei Hände in den Mund, dann noch zwei Bohrer, ein Absauggerät und keine Ahnung was alles. Ja. Und mittlerweile geht das mittlerweile, also als ich jung war, war das halt noch überhaupt nicht üblich. Aber mittlerweile kannst du halt auch einfach ankreuzen, ja, bitte mach lokale Betäubung. Ja, genau. Und das ist so angenehm. Also wirklich, ohne lokale Betäubung hätte ich die letzten Jahre beim Zahnarzt, glaube ich, nicht überlebt. Ja, seh. Also, schon seit Kita jetzt taugend lasse ich mich immer lokal betäuben. Und jetzt äußern wir es noch irgendwie noch mehr, weil Wikipedia-Former wird im Alter nur noch schmerzempfindlicher. Ja, man wird ja auch alt. Ja, eben. Die Zähne werden auch nicht jünger damit. Eben. Und sie fallen alle noch der Reihe noch aus. Oh ja. Naja gut, mir fallen sie noch nicht aus, aber... Ja. Bald wahrscheinlich. Ja. Ist nicht mehr lang. Ich kann nur jedem, der uns hier zuhört, jedem und jeder empfehlen, kümmert euch um eure Zähne, geht regelmäßig zum Zahnarzt. Ich hab das vor... Gott, wie lange ist denn das mittlerweile her? Nach meiner Realschule hab ich eine Ausbildung gemacht und so in dieser Zeit war ich gar nicht beim Zahnarzt. Oder hatte ich mir mal bei einem Stück Knochen von so einem Hähnchenflügel ein Stück Zahn ausgebissen. Bin auch nicht zum Zahnarzt, weil er hat nicht geschmerzt. Und ich wollte halt nicht zum Zahnarzt. Ja. Und so circa ein, zwei Jahre später hab ich dann dafür aber eine deftige Quittung bekommen. Das waren Schmerzen aus der Hölle. Ja. Und ich musste dann so oft, als ich dann mein Abitur nachgeholt hab, in der Zeit zum Zahnarzt und Wurzelbehandlung und alles... Boah. Furchtbar. Ja. Ja. Also vernachlässigt eure Zahnhygiene nicht. Ich weiß, das ist jetzt so... Ja, Opa Rucki berichtet vom Krieg. Aber... Ja, vor allem, es ist ein bisschen heuchlerisch, weil ich es auch immer die ganze Zeit so weit wie möglich aufschiebe, bis ich endlich wieder zum Zahnarzt gehe. Aber man sollte es nicht so machen. Seid klüger wie wir. Sagen wir so. Lernt aus unseren Fehlern. Genau. Einen Großteil wird es vermutlich nicht tun, aus unseren Fehlern lernen, weil, naja, David, dir und auch mir wurde es auch tausendmal gesagt, so lernt aus unseren Fehlern von den Eltern. Und was haben wir getan? Richtig. Nicht das. Eindeutig nicht. Nicht, was jetzt bei der Ärzte angeht. Ich musste mich auch die Woche unweigerlich fragen, wie das so, keine Ahnung, in der Steinzeit gewesen ist. Haben sie sich die Zähne dann einfach ausgehauen? Weil, keine Ahnung, es gab damals, glaube ich, noch keine Zahnärzte. Nö, nicht wirklich. Sie haben den Zahn einfach an den Stein gebunden und dann den Stein weggeworfen. Und ja, das ist definitiv so passiert. 100% geschichtlich akkurat. Ja. Oder hast du noch etwas zu berichten? Also ich könnte sonst nur noch sagen, ich habe die ganze Woche Sonic Origins, also die ganze Woche, wenn ich Zeit hatte, habe ich Sonic Origins gespielt an der Switch. Habe da jetzt quasi die 100%, also ich habe das ganze Museum frei. Ich habe einen Story-Durchlauf gemacht mit allen Chaos Emeralds und Time Stones. Also überall das Good-Ending. Ich habe die Mission, da fehlt mir in Sonic 2 noch eine und in Sonic 1 fehlt mir eine Extreme-Mission, weil ich hasse Sonic 1. Ja. Aber ansonsten habe ich halt auch... Hass ist ein starkes Wort, aber es ist definitiv der schwächste Classic-Teil mit am Start. Ja, stimmt, Hass ist ein sehr starkes Wort, aber es ist nicht mein Favorit. Ja, gleichfalls. Nee, und da fehlt mir jetzt noch eine Extreme-Mission. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche, aber ich finde sie absolut grauenvoll. Oh. Während ich so in Sonic CD da saß bei den Extreme-Missionen, so, hä, ist doch voll easy. Tschi-Tschi. Und Sonic 3 & Knuckles, die gingen auch. Und wie gesagt, Sonic 2, die habe ich noch nicht gemacht und da fehlt mir auch noch eine normale Mission. Die Extreme-Missionen zählen übrigens nicht zum Prozentanteil der abgeschlossenen Missionen. Oh. Das heißt, du hast ohne die Extreme-Missionen schon 100%. Oh, wow, da sind die wirklich einfach nur so ein kleiner Deluxe-Edition-Bonus, den ich wirklich in die Komplizierung reinführe. Oh, die sind nur in der Deluxe-Edition? Ich glaube, ja. Finde ich sicher, dass die jetzt ein Teil von der Deluxe-Edition waren, ja. Interessant. Außer, man kann sie irgendwie üblich in Origins freischalten. Das weiß ich jetzt nicht 100%, ob es da nicht irgendeine Möglichkeit gibt. Aber soweit ich weiß, müssen sie exklusiv sein. Und ich habe noch einen Punkt an Sonic Origins, einen weiteren Punkt, der mich wirklich nervt. Oh, oh. Das Museum. Du kannst halt so bei den Illustrationen, kannst du einfach die aufmachen und durchklickern und dann wird das halt alles als gesehen markiert. Das geht halt super schnell. Aber die Filme und Musikstücke musst du alle abspielen. Uh. Also du musst halt sie aufmachen, auf A drücken, damit das losspielt. Und dann kannst du aufs Nächste. Das ist so nervig. Es ist sehr nervig. Warum kann ich das nicht einfach, wenn ich einfach nur durchs Menü scrolle, warum wird das dann nicht als sozusagen gesehen markiert, sondern es bleibt halt immer noch neu. Ja. Welcher Mensch hört sich dann 180 Soundtracks an? Natürlich die einzigen waren richtigen Sonic-Enthusiasten. Wobei 180 sind auch nur die normalen. Da ist die Premium-Collection ja noch gar nicht drin. Stimmt, ja. Aber nee, was mich am Museum auch sehr genervt hat, habe ich gemerkt, wie ich letztens mal Sonic at Media Adventures geschaut habe. Und mir gedacht habe, hey, das wäre echt nett, sich das mal anzuschauen und mich dann hingesetzt habe. Und im Grunde das extrem Nervige war, dass ich irgendwie jede einzelne Episode neu starten habe müssen. Und wenn die Episode dann fertig war, habe ich zurück ins Menü gehen müssen, zweite Episode starten, wieder zurück ins Menü, dritte Episode starten. Es gibt leider keine Möglichkeit, dass man diese ganzen Episoden und wahrscheinlich auch die ganzen Origins-Originalen neuen Filmchen nach der Reihe einfach durchspielen lassen kann. Sondern man muss immer ständig beenden und rausgehen. Aber du musst aber nicht beenden. Mit L und R kannst du zum nächsten navigieren. Ganz sicher. Ich habe nämlich wirklich probiert. Ich weiß nicht, ob es im Fullscreen-Modus geht, though. Oh, okay. Das könnte vielleicht das Problem gewesen sein, weil ich wollte mir die natürlich im Fullscreen-Modus anschauen, habe den natürlich aktiviert. Und ich habe mich jedes Mal wieder rausgehen müssen. Ich habe versucht, so ein paar Knöpfe zu drücken, hat nichts reagiert. Und das hat mich selbst ziemlich genervt, weil es einfach... Ich wollte mir einfach gemütlich die Füße hochlegen und in Ruhe Sonic-Media-Adventures in der Gänze nochmal ansehen. Und das hat nicht funktioniert, weil ich nach jeder Episode, die ja nur so zwei bis drei Minuten gehen, wieder aus- und neu einsteigen habe müssen in die nächste Episode. Lass es mich kurz herausfinden. Ich habe meine Switch jetzt zum Glück immer griffbereit. Ah, perfekt. Dann liest man diese Frage gleich direkt live. Okay, im Fullscreen geht es nicht mit L und R. Du musst den Fullscreen beenden und dann kannst du mit L und R durchdingsen. Ach, das ist nervig. Das hätten Sie ruhig gar nicht im Fullscreen machen können. Ja, das stimmt. Kleidigkeit, aber es ist halt wieder mal eine Kleidigkeit von vielen. Ja, und mir sind auch noch ein paar Bugs begegnet, die ich aber mittlerweile finde ich sie mehr witzig als nervig, muss ich dazu sagen. Also, ich habe halt im Debug-Modus, wenn man Sonic 3 in Knuckles startet, dann irgendwie sich, keine Ahnung, in eine Ringbox oder sowas verwandelt, in Anführungsstrichen verwandelt. Während man Supersonic ist, in der Intro-Cutscene, dann fliegt Tails einfach einmal durch die komplette Insel und es kommt ein Softlock. Oh, nö. Das fand ich sehr witzig. Aber es ist halt nur im Debug-Modus, also who gives, aber ich fand es einfach lustig. Und außerdem, die Angel-Island-Sachen, die sehen halt alle komplett zerstört aus. Oh, no. Warte, ich schicke dir das Video, dann kannst du es dir mal ganz kurz nebenher angucken. Mhm. Also, die ganzen Assets sind halt komplett broken, einfach. Aber das fand ich schon amüsant. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, nö. Vor allem, er fliegt halt auch einfach durch diese Insel durch und das ist so witzig. Ihr habt einfach gesehen, oh, wow, was ist mit Angel-Inde passiert? Ich verschwind besser wieder. Tschüss. Zero Fox Given. Verstehst du? Weil Tails ist ja ein Fuchs. Ich bin so witzig. Hey, Comedy. Comedy ist großgeschrieben wie ein guter Podcast. Ja, und dann, du hast ja sehr über den Sprungsound auch berichtet. Oh, ja. Tails in Sonic 2. Der ist so ungefähr. Ich habe dann ja die Missionen gemacht, auch von Sonic 2, wo auch Skychase-Missionen dabei sind. Und wenn diese Oktopoden da sind, die aus der Oil-Ocean-Zone eigentlich. Und ja, sobald die auf dem Screen sind, hört man einen Sprungsound die ganze Zeit von Tails, der aber am Flugzeug sitzt. Ha. Tails will unbedingt raus, er will die Pettigste stören. Ich glaube auch. Und in dem Moment war ich dann so, ja, David, ich verstehe dich jetzt. Ja. Du kennst endlich meinen Schmerz. Weil das ergibt da überhaupt keinen Sinn. Da kann kein Tails sein, der springt. Warum ist es da? Sie haben wahrscheinlich vergessen, Tails irgendwie raus zu entfernen aus dem Level und der springt einfach irgendwo in einem abgegrenzten Bereich herum. Keine Ahnung. Das kann sein, ja. Ich kann die Mission leider nicht im Debug-Modus starten, glaube ich. Sonst hätte ich das mal geguckt, ob der da irgendwo einfach auf der Map rumflattert. Ja. Wer weiß. Aber mit dem Debug-Modus habe ich jetzt ein bisschen rumgespielt. Und ja, ich habe jetzt, keine Ahnung, das Museum war eh frei und dann dachte ich mir, boah, dass das jetzt unten nicht 999 Münzen sind, das nervt mich. Und dann habe ich mir einfach 999 Münzen gegeben. Ja. Weil man kann ja die Boxen einfach spawnen, die normalerweise ein Leben geben, aber die geben ja dann Münzen. Und ja, da kann man sehr einfach Münzen farmen. Also wenn ihr euch noch sacht im Museum freischalten wollt, dann dazu. Aber über die Mission bekommt man locker genug Münzen, um alles freizuschalten. Ja. Das ist ein E-Pay. Wenn man sie auf S abschließt, natürlich. Ja. Sie sind jetzt nicht irgendwie geizig mit den ganzen Münzen. Man kriegt die wirklich ziemlich gut nachgeworfen. Und auch bei Special Stages bekommt man sehr häufig drei Stück. So gerade bei den Sonic 3 Knuckles Special Stages. Wenn man dann auch noch alle Ringe in der Special Stage sammelt, kriegt man ja auch noch mal eine. Und dann hat man halt 50.000 Punkte als Perfekt-Bonus. Das gibt eigentlich auch noch mal eine Münze im Gesamtscore. Aber ich glaube, ab 150.000 sind die Abstände dann größer. Oh, okay, ja. Also früher gab es ja ein Continue. Das ist ja jetzt eine Münze. Und da sind dann die Abstände, glaube ich, irgendwann größer. Okay, ja. Mollt Sinn. Und ja, das wäre meine Story zu Sonic Origins diese Woche. Ja. Einfach wieder ein paar witzige Bugs gefunden und ich liebe es. Ich wollte mich die Woche auch ein bisschen mehr auf Sonic Origins widmen. Und bin dann ganz leicht von einem gewissen anderen Sonic-Spielchen abgelenkt worden, über das ich ein bisschen später noch rede. Es geht um ein Fanspiel. Und das hat dann so ziemlich meine Aufmerksamkeit für die nächsten paar Tage so eingenommen. Und Origins liegt da irgendwie traurig daneben. und weint. Aber ja, ich werde auch die ganzen Missionen auch noch angehen. Mit einem regulären Durchgang bin ich inzwischen nur durch den Story Mode. Na, endlich. Ja, und jetzt kommen die ganzen Missionen und Boss Rush Modi und alles Mögliche noch dazu. Die werde ich mir sicher auch mal anschauen. Ja, ich spiele gerade den Mirror Mode in Sonic CD durch mit allen Timestones, wenn möglich. Also habe ich vorhin angefangen. Cool. Und die Special Stages im Mirror Mode, es fühlt sich falsch an. Es fühlt sich einfach nur falsch an. Ja, das kann ich mir denken. Weil ich habe, also die CD Special Stages, die beherrsche ich quasi im Schlaf. Weil man schaltet den CD ja alle Extras frei, indem man in den normalen Stages alle unter, ich glaube, 25 Minuten abschließt im Time Attack Modus und die Special Stages unter vier Minuten insgesamt. Heißt, ich habe da mal sehr viel Zeit in diesen Special Stages verbracht, damit ich die, ja hier Debug Mode und so was, äh Quatsch, den Soundtest und so was freischalte. Im Soundtest gibt es übrigens noch eine versteckte Special Stage mit Eggman als Kopf im Hintergrund. Oh, gewollt. Müsst ihr mal nach Googlen, welche Sounds ihr dafür öffnen müsst. Ja und ich wollte das jetzt halt auch alles wieder freischalten und deswegen, so die Special Stages beherrsche ich im Schlaf. Da bin ich Pro Stage in 25 bis 30 Sekunden durch. Wow, nice. Aber im Spiegelmodus sitze ich dann da so, was, wie, was passiert hier? Ja, die ganze Muscle Memory ist wieder komplett im Eimer. Ja, total. Weil ich habe ja damals auch Speedruns gemacht von den Special Stages, weil ich halt Lust drauf hatte und das ist halt komplett drinne. Und das zerstört jetzt alles. Ah. Ja, denke ich mir. Aber ich würde sagen, jetzt kommen wir dann doch endlich mal zum Newsrückblick. Es tut mir leid für den längeren Exkurs. Ja, aber keine Ahnung. Wir haben trotzdem über Sonic geredet, also. Ist auf jeden Fall in Ordnung, weil wir reden manchmal über Sachen, die so weit versorgt werden sind, wie es nur geht. Wie zum Beispiel Zahnärzte? Ja, unter anderem. Ich bin sicher, Sonic mag auch keine Zahnärzte. Ja, garantiert. Wir haben auch schon Zahnärzte. Also, natürlich nicht persönlich in irgendeiner Form, aber niemand geht gerne zum Zahnarzt. Das ist einfach ein Fakt. Obwohl, der Zahnarzt, bei dem ich Freitag war, um die Geschichte abzuschließen, der war sowas von freundlich. Und ich habe mich da so gut aufgehoben gefühlt. Er meinte halt, er versucht die Füllung erstmal ohne Betäubung rauszunehmen. Ich soll mich aber bitte sofort melden, wenn ich irgendwie Schmerzen habe oder sowas. Er setzt diesen Bohrer an und ich melde mich halt instant. Und er so, das passt jetzt nicht so zusammen. Abgestorbener Nerv und sofort Hand gehoben. Aha. Ja. Mein Zahnarzt, mein persönlicher, ist auch extrem nett. Einer der nettesten Menschen, aber man geht halt trotzdem ungern. Und das ist einfach das Problem. Dann doch lieber die gute alte Steinmethode. Genau. Denn wir kommen jetzt zum News-Rückblick und die erste News sind neue Steinsamen-Irgendwas-Dinger. Ja, das ist der offizielle Name dieser kleinen Wesen aus Sonic Frontiers. Ganz eindeutig, der offizielle Name wird sicher so im Spiel auch sein. Steinsamen-Irgendwas-Dinger, genau. Genau, Steinsamen-Irgendwas-Dinger. Und zwar, der Kontext hinter dieser Enthüllung ist im Grunde eine Statue, die zu Sonic Frontiers enthüllt worden ist. Und diese Statue zeigt im Grunde Sonic und dahinter waren im Grunde im originalen Tweet oder halt in der originalen Enthüllung waren dahinter so zwei geschwärzte Gestalten. Das war die Yuji Naka-Version. Wow, okay. Ihr werdet den Joke später noch verstehen. Ich verstehe ihn jetzt schon und der war wirklich gut. Nice. Huh, okay. Aber ja, also in dieser Statue sieht man im Hintergrund eben zwei so geschwärzte Gestalten. Und durch einen kleinen Leak von einem südkoreanischen Retailer wurde auch schon ein genauer Einblick jetzt in diese zwei Gestalten geboten. Und es sind Steinsamen-Irgendwas-Dinger. Man kann es schwer beschreiben. Also sie erinnern mich persönlich sehr stark an die Koroks aus Breath of the Wild und Legend of Zelda Wind Waker. Sie haben so ein bisschen ein ähnliches Design, nur anstatt Holzgestalten sind es heute so Felsgestalten. Und diese kleinen Dinger... Jaha! Da gibt es ja bestimmt auch wieder 900 Stück von auf dieser ganzen Map. Ja. Also auf den ersten Blick wirken diese Gestalten wirklich wie so, keine Ahnung, Gestalten, die man irgendwie in der Map findet oder vielleicht irgendwie retten muss oder durch Missionen irgendwie erhält. Irgend so was. Sie haben schon irgendwie so einen Sammelgegenstand-Vibe, eben weil sie sehr stark an die Koroks angelehnt sind vom Designer. Und sie sehen aus, als hätten sie Dinge gesehen. Ja. Also der Linke zumindest. Der Linke. Keine Ahnung. Er guckt einfach etwas. Die Mundwinkel nach unten, die Augen weit geöffnet mit einem leeren Blick in die Ferne. Ja. Einfach so nach dem Motto, ich habe Dinge gesehen. Ja. Ganz ehrlich, das ist ein perfektes Meme-Gesicht, um irgendwie irgendwelche schrecklichen Sachen zu emoten. Ja. Aber ja, damit haben wir so einen kleinen ersten Einblick in so neue Charaktere von Sonic Frontiers, die dann garantiert auch im Spiel auftauchen werden. Die Starter selbst ist im Grunde für November angesetzt und scheinbar erhält man sich nur bei Sega-Amusement-Facilities, also bei so gewissen Sega-Amusement-Parks, wie wir sie zum Beispiel in Japan haben. Ich glaube exklusiv in Japan, oder? Wobei, die Sega-Amusement sind doch auch Arcade-Hallen. Ja, genau. Aber Sega hat in Tokio doch, glaube ich, alle verkauft letztes Jahr. Ja, genau. Die Arcade-Hallen haben sie leider alle verkaufen müssen, ja, letztens. Aber keine Ahnung. Also in der Sega Joy-Polis würde es das aber auch geben, 100 Pro. Ja, garantiert, ja. Aber ja, sieht auf jeden Fall nach einer netten Statue aus. Finde ich, würde ich schade finden, wenn die nicht wirklich tatsächlich irgendwie über den Sega-Shop erhältlich wäre. Weil, könnte ich mir vorstellen, dass ich sie mir vielleicht sogar holen würde. Schon ziemlich cool. Aber ja, die Stein-Irgendwas-Samen-Dinger, keine Ahnung. Stein-Samen-Irgendwas-Dinger. Stein-Samen, Entschuldigung. Ach, was bist du für ein Sonic-Fan? Mache Fans haben sie auch schon bereits irgendwie als Rock-Chau, also als Felsen-Chau so ein bisschen beschrieben. Vielleicht kriegen wir sogar einen, ja, Chau-Garten mit den kleinen Dinger. Nur sind es halt keine Chaus, sondern diese Felsen. Also, das kann, das können sie nicht machen. Also, das kann Sonic Team echt nicht bringen. Da gehen, die Fans sowas von auf die Barrikaden. Ja, ich kann mir die Reaktion jetzt schon so ein bisschen bildlich vorstellen, wenn das wirklich der Fall ist. Aber, wer weiß. Wir bleiben erstmal bei Sonic Frontiers und haben eine kurze Nachricht, die mich persönlich nicht unbedingt positiv stimmt. Die News ist, dass in der Famitsu enthüllt wurde, in der aktuellen Ausgabe der Famitsu, dass Sonic Frontiers scheinbar zu 80% komplett ist. Also, der Development-Prozess ist zu 80% komplett. Und 80% ist ein starkes Statement, wenn das Ding in drei, vier Monaten rauskommt. Also, das ist nicht viel. Ich meine, ja, das ist einfach, es wäre ansichtlich eine reguläre News, wenn das Spiel jetzt dann irgendwie noch ein gutes Jahr entfernt wäre, wo man sich halt denkt, okay, die letzten 20% und das ganze Polishing, was danach noch wahrscheinlich gemacht wird, das wird sich innerhalb von einem Jahr sicher gut ausgehen und dann wird sicher ein schönes, fertiges Endprodukt dastehen. Aber 80% und das Spiel ist eigentlich in, keine Ahnung, drei bis vier Monaten draußen, so in dem Bereich, das, hm, das ist... Man muss dazu erwähnen, dass ja von Izuka gesagt wurde, dass, also das war Mitte Juni, dass, ja, Mitte Juni war das Spiel noch in der Entwicklung und ist dann übergegangen in den Debug-Prozess, heißt Bugfixing etc. Ja. Und das ist halt auch noch so eine Sache, wenn das, wenn Bugfixing 80% ist, das ist, dann hat das Spiel viele Bugs, muss ich sagen. Ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht so richtig, wie ich diese Zahl einordnen soll. Ja, die Zahl jetzt wirklich... Also, ist das Spiel fertig zu 100%, dass die ganze Welt jetzt schon im Grunde gekreiert worden ist und die ganzen Level-Elemente und ist die letzten, die 20% sind, die jetzt wirklich nur mehr Bugfixing und Zeugs oder fehlen da wirklich noch Teile vom Spiel, die gerade erst gemacht werden müssen und sind erst dann die 100% erreicht. Das ist irgendwie schwer zu unterscheiden gerade mit dieser siebten News. Ja, und wenn es halt in der Debug-Phase gerade ist, wie gesagt, so, dann ist 80% auch so eine komische Zahl. Für mich persönlich... Ja, das ist ein Gesamtprojekt, wo ja wirklich alles mit dabei ist. Also jetzt im Grunde das Level-Design, das Umgebungs-Design, die riesige Open-World, der Soundtrack, grafische Details. Da ist es irgendwie komisch, dass Bugfixes so einen großen Anteil wie ein ganzes Fünftel dann im Grunde noch betreffen. Ja, so unüblich ist es auch nicht am Ende. Wahrscheinlich, ja. Ich rede jetzt wirklich in der Position, wo ich keine Ahnung von Game-Development habe tatsächlich. Wie gesagt, für ein Spiel, das im November rauskommt, halte ich die Zahl, die reine Zahl 80%. Jetzt zu diesem Zeitpunkt für zu klein einfach. Ja, das stimmt allerdings. Es kann aber auch sein, dass einfach dieses ganze Projekt fünf Phasen hatte. So Konzeption, Konzeption, Entwicklung, Zwischenzeug, bla, wo ich... Mir fehlen gerade ein bisschen die Worte. Und dass, ja, die jetzt quasi in Phase 5 übergegangen sind. Diese Phase 5, aber 20% des Projekts zwar ist, weil, wie gesagt, aufgeteilt in fünf Phasen, aber das nicht heißt, dass alle Phasen gleich lange brauchen. Kann ja auch sein. Also, wie gesagt, wenn man nur die 80% sieht, halte ich es für keine gute Zahl, aber es fällt mir schwer, es einzuordnen. Also, ja, ja, das ist es einfach. Man weiß nicht, wie genau die 80% uns gemeint sind. Wir wissen halt nur, es ist in der Debug-Phase. Und wir sind mal gespannt, was dabei rauskommt. Und vielleicht, vielleicht, ich habe schon eine Mail rausgeschickt, darf ich es dann auf der Gamescom ja anspielen. Ui, das wird sehr, sehr cool. Ja, hoffentlich. Weil, ja, diese Woche ist rausgekommen, ich bin auf der Gamescom. Und wir besuchen mit ein paar Spinderschleuten natürlich die Messe. und, ja, ich freue mich drauf. Ich freue mich auf die Eindrücke, auf jeden Fall, ja. Ich werde sowieso den halben Tag in der Merchandise-Halle verbringen und einmal in Geld verplempern. Natürlich. Und mich dann ärgern, dass ich das nicht alles mit nach Hause nehmen kann. Warum sonst sollte man so geben, Gamescomforten wäre nicht für die Merchandise-Halle. Naja, ich fahre da nicht hin, um mich fünf Stunden für ein Spiel anzustellen. Ja, eben. Und so viele Spiele sind, glaube ich, auch dieses Jahr nicht da. Falsch ausgedrückt. Es sind ja viele große Publisher nicht da, namentlich beispielsweise Sony, Nintendo. Die fehlen halt. Und das sind sehr große Stände meistens gewesen, mit vielen Anspielstationen auch. Ja. Also ich bin mal gespannt. Ich freue mich auf Xbox. Bei Xbox werde ich wahrscheinlich ein bisschen Zeit verbringen, weil Xbox hat super viele Spiele einfach dieses Jahr angekündigt. Für dieses Jahr angekündigt. Und da ist bestimmt noch was für mich dabei. Ja. Und halt Sega. Ja. Mal gucken, ob man vielleicht auch den einen oder anderen unserer Hörenden vielleicht trifft. Mal schauen, ob ich das zeitlich unterbringen kann. Mhm. Weil ich werde ja auch einfach viel nach Terminen spielen wahrscheinlich, damit ich auch entsprechend dann hier Eindrücke teilen kann. Ja. Und vielleicht ein paar Spieleempfehlungen raushaue. Mal schauen. Vielleicht ist da ja auch ein anderes, richtig cooles Jump'n'Run, was Sonic ins Gesicht tritt. Ja. Aber bis es soweit ist, werden wir immer noch Sonic Origins spielen. Und das ist unsere nächste News. Denn eine neue Episode von Sonic Speedstreads ist, oder Sonic Origins Speedstreads ist herausgekommen. Und dieses Mal dreht sich alles um Sonic 2. Ich habe es gesehen, als es am, ich glaube, Dienstag rauskam. Ich weiß aber irgendwie nichts mehr davon. Oh, okay. Ja, ich für meinen Teil habe es leider noch nicht angeschaut. Seid ich mal nachholen, tatsächlich. Also, Sam's Procrastination Sam's Procrastination Station, er hat ja viel daran mitgewirkt, auch an diesen Speedstread-Videos. Der hat gesagt, dass das bisher seine Lieblingsepisode war. Oh, okay, cool. Ich meine, es geht ja auch um Sonic 2, eines der besten Mega Drive-Spiele. Das kann sein, ja. Also, mein Herz ist halt bei Sonic CD, aber das ist ja auch kein Mega Drive-Spiel. Ja, nicht direkt. Und, ja, deswegen, schaut es euch gerne an. Es ist auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Sonic the Hedgehog. Mhm. Und ich finde die immer sehr, sehr charmant gemacht, toll synchronisiert und, ja, haben auch sehr viel Humor immer drin. Mhm, das auf jeden Fall, ja. Das hat man schon vom ersten Video so ein bisschen ableiten können, dass sie einfach sehr charmant geschrieben sind. Und, auch wenn die Sonic 2 Special Stages verändert wurden, sie sind immer noch aus der Hölle. Ja, nach wie vor. Aber ich hab sie alle geschafft. Ich musste nur bei ein paar, natürlich, ein paar Coins opfern. Ja. So, jetzt machen wir aber weiter mit den Mobile Games, denn da gab es diese Woche auch einiges an Neuigkeiten. Und da beginnen wir mit dem Event, mit dem neuen Event Codename Gamma aus Sonic Forces Mobile, wo jetzt ein gewisser Roboter aus, ja, Sonic Adventure endlich mal einen neuen Spielbahnauftritt hat, nämlich in Sonic Forces Mobile. Ja. Er ist dabei ein super seltener Charakter, das heißt, um ihn freizuschalten, braucht ihr 30 Karten und, anders als die Spezial- oder Herausforderer-Charaktere, wird er später, zu einem späteren Zeitpunkt, irgendwann auch in regulären Truhen erhaltbar sein. Ich nehme an, das wird so ab August der Fall sein, so drei, vier Wochen nach dem aktuell laufenden Event. und ja, im Prinzip läuft das Event ab, wie immer, ihr müsst Missionen abschließen, dann bekommt ihr eine Truhe, in der sind, ich glaube, eine bis zehn Karten, Moment, ich kann es gerade nicht nachschauen, weil ich vorhin eine Mission gespielt habe, aber ich glaube, es sind eine bis zehn Karten, die ihr erhalten könnt und die 30 zu bekommen, dauert daher auch gar nicht so lange. Mit ein bisschen Glück, nur drei Missionen. Ja. Und entsprechend wünsche ich euch viel Glück beim Freischalten und das werde ich euch vielleicht bald sogar wieder wünschen, weil Sega Hardlight einen neuen Charakter schon angeteasert hat. Oh ja. Nein, ich rede hierbei nicht von Mephylis, der angekündigt wurde in der Sonic Central, sondern ein weiterer Charakter aus dem vermeintlich Sonic and the Black Knight Universum. Also zumindest in Anlehnung an das Sonic and the Black Knight Universum wurde jetzt Paladin Amy vorgestellt und das ist einfach ein sehr, sehr cooles Design, auch wenn wir alle wissen, dass Amy eigentlich eine Prinzessin, Königin, eins von beiden. David, hilf mir auf die Sprünge. Ja? Oh, sie ist die Muir, die Lady of the Lake. Das ist im Grunde die, die Arthur das Schwert umgibt. Excalibur. Oh. Mann, ich soll diese Spiele mal wieder spielen. Das ist sehr lange her. Ja. eben, ihr Rolle war leider so ein bisschen eher im Hintergrund, weil sie war jetzt nicht wirklich ein sehr aktiver Part von Blood, eben dadurch, dass sie die Lady of the Lake war. Von daher, keine Ahnung, ich wünschte, sie wäre irgendwie im Spiel als Paladin Amy drin gewesen, weil dieses Design ist echt verdammt cool. Oh ja. Das ist schon sehr cool und sie wirkt so böse. Ja. Sie kugt so grimmig. Schon ein bisschen. Wirkt auf jeden Fall eine einiges passende Rolle als von Nimue, das ist irgendwie im Grunde als hammerschmiegender Paradin, irgendwie durch das Spiel rennt. Oder, das ist einfach aus dem nächsten Storybook-Titel, dessen Namen wir ja sogar schon gehört haben. Sonic and the Giant Fucking Robot. Ich wünsche mir immer noch, dass wir einen dritten Storybook-Titel bekommen, der die Reihe dann abschließt. Ja, es wäre cool. Hätte ich. Aber es ist nicht wirklich was dagegen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, war das ja als dreiteilige Reihe geplant sogar. Ja, genau. Aber dadurch, dass Sonic and the Black Knight jetzt nicht so gut gelaufen ist, sind die Pläne so ein bisschen eingestampft worden. Ja, ich habe Black Knight eigentlich irgendwie gemocht. Ja, also von Black Knight mag ich so ziemlich alles, außer das tatsächlicher Gameplay. Und das Gameplay war trotzdem um einiges schon besser als bei Sonic and the Secret Rings. Was aber auch daran lag, dass diese Neigungssteuerung bei Secret Rings einfach furchtbar war. Ja, die war grauenhaft. Deswegen spiele ich das tatsächlich auch gerne mal oder habe es gerne mal am Emulator auch gespielt, weil da kann man sich halt das auf Knöpfe legen, dieses Neigen. Das ist halt sehr praktisch. Und Eraser Gin. Oh mein Gott. Dieser Boss. Ich habe ihn so gehasst. Oh boy. Yeah. Every single drop of all you got. Der Soundtrack war großartig. Der Soundtrack war großartig. Aber wenn du nichts anderes von diesem Song hörst als every single drop of all you got, weil du einfach die ganze Zeit stirbst und neu starten musst, dann wird es irgendwann etwas anstrengend. Ja, kann ich verstehen, natürlich. Aber ja, wann Paladin Amy, wenn sie denn so heißt, kommt, ist nicht bekannt, ich rechne jetzt einfach mal damit, dass wir so in so ein, zwei Monaten sie in Sonic Forces Mobile begrüßen können. Wir dürfen gespannt sein. Yep. Und um die Zeit zu überbrücken, habt ihr noch bis zum Donnerstag Zeit, Omega in Sonic Dash zu bekommen, denn in Sonic Dash ist jetzt Team Dark endlich komplett und Omega ist seit letzten Donnerstag dem siebten, äh, siebten siebten verfügbar in Sonic Dash für 250 Tokens, die ihr auf der Strecke sammeln könnt. Das geht relativ flott. Könnt ihr ihn bekommen und ja, in diesem Sinne kann ich nur sagen, viel Erfolg. Ihr habt bis zum vierzehnten siebten Zeit, sind also noch ein paar Tage und wie üblich braucht ihr dann, wenn ihr ihn auf Maximallevel bringen wollt, so grob 220.000 Ringe. Also, sammelt fleißig. Ja, das ist eigentlich schon die News. Omega war lange überfällig für das Spiel, weil ich glaube, er war einer der Startcharaktere sogar von Sonic Forces Mobile. Ja. Das heißt, die Animationen und Assets und sowas, alles da, es hätte nur noch rüber kopiert werden müssen. Ja. Also, nur noch in Anführungsstrichen, weil das ist natürlich ein größerer Prozess. Das ist nicht einfach eins zu eins rüber kopieren, aber ihr wisst, was ich meine. Copy und paste vom Sonic Forces Mobile in den Sonic Dash Order und das funktioniert alles, aber ja. So, jetzt kommen wir zu einer News, äh, Gott, wie, wie, wie sage ich das? Ich habe mich nicht über die News aufgeregt. Ich war primär sehr verwirrt. Ja, ich war amüsiert tatsächlich. Nimm's Sinn. Also, bei mir ist es so ein bisschen zwischen verwirrt, amüsiert, ich kann es nachvollziehen und das ist einfach Hardcore unprofessionell. Ich kann das nicht so richtig einordnen. Ja, keine Ahnung, muss wirklich nachvollziehen können, aber, ja. Die Rede ist von Yuji Naka, dem, ja, Erfinder von Sonic im Endeffekt. Der hat zum 26. Geburtstag von Nights, der diese Woche war, am 5. Juli, ein Bild vom Entwicklerteam gepostet und Twitter war sehr schnell herauszufinden, dass auf diesem Bild irgendjemand fehlt und da nur ein großer schwarzer Fleck ist, der aussieht wie Darth Vader. Ja, ja, und die Person, die da fehlt, ist Naoto Oshima, der Charakter-Designer unter anderem von Nights & Sonic. Beide haben ja jetzt auch bei Bell & Wonderworld zusammengearbeitet und ja, das ist für die Story relevant. Ja, tatsächlich. Denn, wie wir vor einer ganzen Weile schon mal besprochen hatten, wurde Yuji Naka ja aus dem Team quasi geschmissen von Bader & Wonderworld. Da gab es diverse Gründe, auf die ich jetzt nicht groß eingehen werde. Es gab, glaube ich, kreative Differenzen teilweise, Krankheit war ein Thema und ein paar andere Sachen. Auf jeden Fall wurde er aus dem Team gekickt. Ich glaube, er taucht nicht mal mehr in den Credits auf. Ah, okay. Ich weiß es nicht genau, ich meine nur, das irgendwie mal gelesen zu haben. Also ich glaube, in den Credits ist er schon noch drin, aber halt im Team selbst nicht mehr und es gibt dann auch natürlich keinen Bader & Wonderworld Nachfolger mehr, in keiner Form. Ja gut, ob das jetzt so schlimm ist. Ja eben, also glaube ich, kann man verkraften. Und ja, keine Ahnung, Yuji Naka ist jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass er gerade auf Social Media Plattform irgendwie ein Blatt vor den Mund nimmt. Ja, nicht wirklich. Das gepaart mit nicht idealen Englischkenntnissen, also er erwähnt häufiger, dass er einen Übersetzer benutzt für seine Tweets und ja, das Endergebnis davon ist dann eine Rant-Tweet-Reihe, wo er nochmal erwähnt, so, ja, was meint ihr denn, wie es sich anfühlt, wenn man aus dem Team geschmissen wird, nach zwei Jahren man dann Folgericht ziehen musste und ja, so war es halt. Deswegen hat er Naoto Oshima, der nicht unbeteiligt am Rausschmiss von Yuji Naka war, wie jetzt damals, glaube ich, auch schon rauskam, ich bin mir gerade gar nicht sicher, die Story ist jetzt schon ein bisschen was her. Ja, ist ein paar Monate, aber ich glaube, er war da eine der beteiligten Personen oder genau gesagt, könnte man sagen, Naoto Oshima war eben ein langjähriger Freund von Yuji Naka und er war da jetzt beteiligt, Yuji Naka so ein bisschen aus dem Unternehmen zu drängen und das hat ihm Yuji Naka scheinbar sehr, sehr übel genommen, wie man sieht. Ja, und deswegen ist er jetzt kurzerhand vom Knights-Bild verschwunden und wie gesagt, ich kann bis zu einem gewissen Punkt das nachvollziehen, also ich kann nachvollziehen, dass er sehr verärgert darüber ist, gerade wenn die beide halt auch gute Freunde waren, ich finde es aber trotzdem hochgradig unprofessionell, was er da tut. Es ist sehr, also keine Ahnung, es ist einfach ein bisschen bezeichnend, wenn sein Hass gegen Naoto Oshima schon so weit geht, dass er ihn einfach jetzt aus irgendeinem Gruppenbild mit einem schwarzen Stift so richtig rauskritzelt, also man sieht da richtig einfach die einzelnen Striche, die er da gemacht hat, während er versucht hat, ihn irgendwie verzweifelt aus dem Bild zu kriegen, da ist nicht wirklich irgendwie mit Photoshop-Professionalität was gemacht worden, sondern wirklich einfach so mit einem schwarzen Stift durchgekritzelt, fertig und das wirkt auf mich wirklich sehr, sehr verbittert und sehr, keine Ahnung, sehr petty im Englischen. Ich stelle mir gerade vor, wie er in seinem Zimmer sitzt, an der Wand hängt so ein Foto von Naoto Oshima und er wirft einfach immer Dartpfeile dagegen. Ja Gott, das hat genau die gleiche Energie, ja. Genau so wirkt es irgendwie und das finde ich schon ein bisschen, wie du sagst, sehr unprofessionell und sehr einfach petty, einfach, keine Ahnung. Die Sache ist halt, ich weiß, auch nicht, wer da am Recht ist. Ja, Yujinaka sagt halt, es wurde immer hinter seinem Rücken geredet, auch in Gerichtsdokumenten oder sowas und dass er dann da von dem Spiel halt entfernt wurde. Er war lange krank und dafür wurde er dann auch, also das war auch ein Grund, um ihn halt zu entfernen. Er hat das halt ein bisschen aufgeklärt, warum er jetzt so reagiert hat mit dem Bild. Allerdings ist das halt eine Seite der Story. Die andere Seite der Story ist, dass es seit Jahrzehnten Berichte darüber gibt, dass es nicht wirklich angenehm ist, mit Yujinaka zu arbeiten, weil er, wie formuliert man das, sehr auf Leistung bezogen ist. Ja, er ist einfach eine schwierige Persönlichkeit und laut diesen Berichten sehr arrogante Persönlichkeit. Also am Ende so, ich kann alles, ihr könnt nichts, macht mal schneller, macht mal besser. Unter anderem oder auch die ganze Sache, dass jetzt im Grunde Sonic Extreme in die Brüche gegangen ist, damals für den Sega Saturn. Scheinbar gibt es da auch Berichte, dass er da wirklich ziemlich stark beteiligt war, weil er jetzt im Grunde sich geweigert hat, die Knights Engine, die er programmiert hat, für das Team freizugeben, damit sie daraus dann Sonic Extreme machen haben können. Und alles einfach solche Geschichten, wo man sich, keine Ahnung, wo man irgendwie immer schon so im Hintergrund gehört hat, dass Yuji Naka einfach eine ziemlich schwierige Person zu sein scheint, mit ihr zu arbeiten. Witzig, dass du das Sonic Extreme angesprochen hast, weil dazu hat er auch was getweetet, weil das ist jetzt natürlich auch gerade wieder hochgekocht und er hat dazu gesagt, dass Knights, das Knights, das er programmiert hat, diese Aussage finde ich allein schon toll, wurde in Full Scratch Assembly, Assembly ist eine Programmiersprache, gecodet und es gibt keinen Weg, das irgendwie auf die Programmiersprache C zu portieren, wo Sonic Extreme scheinbar drin entstanden ist. Because they don't understand it and the documentation doesn't exist, heißt, die haben es halt einfach nicht verstanden, wie sowas funktionieren würde und es gibt keine Dokumentation. und er behauptet auch, all these people who tell these stories are liars, also alle Leute, die halt so eine Story erzählen, sind Lügner. Ja, und da auch wieder, alle anderen sind die Lügner, nur er nicht, das wirft, keine Ahnung, ich bin eher gewillt, irgendwie den ganzen anderen Berichten zu glauben, die aus verschiedenen Stellen kommen, dass Yuji Naka einfach eine schwierige Persönlichkeit ist, anstelle ihm jetzt direkt zu glauben, dass Flip einfach keine andere Möglichkeit bestanden hat und das nicht wegen ihm jetzt alles in die Brüche gegangen ist. Ich weiß nicht, ich habe immer aber auch noch so eine Vibes von vielleicht ist er einfach ein sehr missverstandener Mensch, das gibt es, ich fühle mich auch manchmal sehr missverstanden. Ja, wer weiß, wir waren alle nicht dabei und letztendlich kannst du gut sein. Ja, du vielleicht nicht. Okay, gibt es da irgendwelche Geheimnisse? Hast du heimlich an Sonic X programmiert? Mein Onkel arbeitet bei Sega. Ah, okay, natürlich, dann. Also, meiner arbeitet bei Nintendo, also, wir kriegen die Ne, da arbeitet mein Vater. Ah, also wir haben die perfekten Insider-Kenntnisse jederzeit zur Hand. Ja, deswegen wissen wir ja auch, dass die neuen Kreaturen aus Sonic Frontiers Steinsamen-irgendwas-Dinger heißen. Genau, ja, habe ich von meinem Onkel von Nintendo erfahren. Möchtest du übrigens noch was Witziges zu Sonic Frontiers hören? Ja. Ich hatte ja gesagt, ich habe eine E-Mail rausgeschickt bezüglich eines Anspieltermins und im Betreff der E-Mail habe ich auch Sonic Frontiers geschrieben, aber im E-Mail-Text habe ich Sonic Forces geschrieben. Oh nein. Und das ist mir dann im Nachhinein aufgefallen, ich war so, oh nein. Ich stelle jetzt extra für dich nochmal so eine Sonic Forces-Kabine auf, die du dann exklusiv da spielen kannst. Und dann komme ich hier zurück und berichte voll gehypt über neues Sonic Forces-Gameplay. Genau. Oh, das wäre lustig. Das ist so unangenehm. Aber hey. Kann passieren. Das wird tatsächlich beim Artikelschreiben auch mal passiert. Ich habe es dann zum Glück genug mal ausgebessert, weil ich es gesehen habe beim zweiten Durchlesen. Da habe ich mir auch gedacht, okay, wie ist das jetzt passiert? Ups. Ja, aber soweit erst mal zur Geschichte von Yuji Naka. Wir behalten es mal im Auge, ob da noch was passiert. Ich denke aber... Es scheint auf jeden Fall ein bisschen ziemlich starke Zerrittungen zwischen ihm und Naruto Oshima zu geben. Und ja, was da wirklich jetzt dann passiert ist in diesen ganzen Entwicklungsprozessen von diesen Spielen, weiß man natürlich nicht, weil man nicht direkt live dabei war. Es kann gut sein, dass da Ungereimtheiten von mehreren Fronten bestanden haben und dass irgendwie beide Parteien so ein bisschen schuld waren, aber keine Ahnung. Yuji Naka wirkt auf mich durchaus wie jemand, der mit einer ziemlich starken Arroganz vorgeht. Und einfach dieses Foto da zu posten, wo Naruto Oshima einfach so rausgekritzelt hat, das ist einfach sehr unprofessionell und nicht wirklich sein... Und das hilft ihm nicht wirklich, um sich selbst als Opfer da zu stellen. Für weiteren Klatsch und Tratsch folgt uns auf Spotify und YouTube und Apple Podcasts. Ja, genau. Hätsel wieder wissen wir auch mal so, keine Ahnung, Klatschmeiber sein, wie was bei uns so schön so sagt in Österreich. Ja, eigentlich war ja die Ursprungsidee mal, dass wir auch immer so ein paar Listerthemen drin haben. Eben. Aber ein gewisser Herr, jemand wollte das ja nicht. Ja, das ist zu negativ. Wir müssen ein bisschen positiv... Das ist doch nicht negativ, es ist lustig, wenn man über etwas lästern kann. Ja. Ich meine, du kannst gerne lästern, ich halte die nicht auf. Ich lästere ja mittlerweile gut genug, äh, oft genug so über Nintendo und Nintendo und Nintendo. Da hat es ja mal auch so einen Rant der Woche gegeben, der irgendwie nicht mehr ganz so wöchentlich war dann. Ja, ist ja nicht so wichtig. Man muss ja nicht jede Woche ranten, wir haben ja auch tolle News. Genau. Wie zum Beispiel tolle News für alle Fans vom Sonic Speed Simulator. Aha. Und zwar wird dieser Sonic Speed Simulator natürlich weiterhin sehr fleißig versorgt. Es ist basically jede Woche die gleiche News. Es gibt ein neues Update. Sagt doch vielleicht nochmal kurz, was der Sonic Speed Simulator ist, falls wir neue Zuhörende haben, die das noch nicht wissen. Ganz genau. Wollte ich gerade machen. Also der Sonic Speed Simulator ist im Grunde so ein eigenes kleines Sonic Spielchen in Roblox und Roblox ist im Grunde solch eine, könnte man verstehen, als Videospielplattform, wo einfach Leute eigene Spiele draus basteln können und das dann in dieses ganze Roblox, in dieses ganze Roblox-Rainwork einbauen können. Da gibt es sehr viele verschiedene Spiele. auch teilweise offizielle Spiele wie den Sonic Speed Simulator, der offiziell auch von Sega unterstützt wird. Und dieser Sonic Speed Simulator hat jetzt auch wieder ein neues Update erhalten und zwar das Mechanic Tales Update. Und das ist im Grunde ein Update mit einem neuen Skin für Tales, wo er im Grunde gerade, ja, also gerade am Arbeiten ist, wahrscheinlich an seinem Flugzeug. Er hat einen heißen Bohrer. Oh nein. Entschuldigung. guckt es dir doch an. Ja, okay. Aber ja, es ist im Grunde Tales, könnte man sagen, in seiner Arbeitskleidung. Sieht durchaus ein bisschen, also Ölflecken säumen irgendwie sein Fell und die ganze Kleidung sieht so ein bisschen abgefranst aus. Er wirkt wirklich, als wäre er gerade irgendwie unter dem Tornado hervorgeholt worden, um schnell beim Sonic Speed Simulator mitzulaufen. Ist auf jeden Fall ein cooles Design. Und ja, dieses Update kommt wie gesagt diese Woche oder nächste Woche. Ich glaube, diese Woche ist es erst für Leute, die jetzt im Grunde ein bisschen Geld reinstecken, um den ganzen Early Access für die ganzen Beta-Sachen zu erhalten. Und nächste Woche sollte Mechanic Tales dann für alle verfügbar sein. Und mit Mechanic Tales kommt ein sogenannter Amra-Chao, also so eine Art, keine Ahnung, Rüstungs-Chao. Keine Ahnung, wie ich das jetzt direkt übersetzen soll. Ein Chao mit Rüstung. Ein Chao mit Rüstung oder Amra könnte auch heißen ein Chao, der Rüstung macht. Sowas in der Art. Rüstungsschmied Chao. Ja, genau. Das ist tatsächlich eine gute Bezeichnung. Ich weiß es nicht, ob das eine gute Bezeichnung ist. Ich glaube, so kann das ungefähr verstanden werden. Und mit dabei sind ebenfalls drei neue Spinwheels. Ich habe leider keine Ahnung, was das sind. Zwölf neue Chao und sieben Trails. Mit Trails versteht man so im Grunde diese Spuren, die Sonic und Co. hinter sich herziehen. Also da kann man scheinbar auch ein paar neue dann auswählen. Und Ballone und Crates, die jetzt in den einzelnen Leveln verstreut sind, geben dann auch Ringe. Und ja, das wäre wie gesagt das aktuelle Update zum Sonic Speed Simulator. Nächste Woche gibt es ziemlich sicher wieder ein weiteres Update. Das Spiel wird wie gewohnt sehr fleißig noch mit Updates versorgt. Finde ich natürlich toll. Es ist auch sehr unterhaltsam. Ich habe zumindest mal jemanden streamen sehen, wie er durch den Sonic Speed Simulator durchläuft. Und das sieht schon ziemlich witzig aus. Ja, ich habe es immer noch nicht angespielt. Ja, aber letztendlich ist es nur so ein bisschen, könnte man sagen, Laufsimulator. Es ist nicht so, dass in dem Spiel großartig eine Story mit dabei wäre oder irgendein richtiger Durchgang, sondern es ist wirklich so eine Social Platform, wo man einfach andere Sonic-Fans treffen kann und mit ihnen durch die Gegend laufen kann und Rennen machen kann unter anderem auch. Aber es hat doch immerhin was. Ja, es hat was. Und wie gesagt, das Projekt scheint ja auch sehr gut gelungen zu sein. Das sieht man einfach schon daran, dass Sega wirklich offiziell hergegangen ist und das Entwicklerteam unterstützt hat und gesagt hat, das ist ein offizielles Sonic-Projekt. Ist immer eine tolle Sache, wenn solche Fansachen wirklich einen offiziellen Status erhalten. Ja, und was auch ein offizielles Sonic-Projekt ist, ist der offizielle Vinyl-Soundtrack von Sonic Spinball. Ja, genau. Es geht direkt zu unserer nächsten News und das ist tatsächlich eine etwas überraschende News, hätte ich nicht damit gerechnet. Nämlich der Soundtrack von Sonic Spinball von dem Megadrive-Spielchen trägt einen offiziellen Vinyl-Release und dieses Vinyl kommt wie schon gewisse andere Sonic-Soundtracks, ich glaube bei Sonic Media haben sie etwas Ähnliches gebracht, in drei verschiedenen Versionen. Einmal Frosted Clear with Translucent Blue Stripes. Gesundheit? Ja, das ist ein leichter Zangebrecher. Das ist dann einfach das Vinyl mit so, keine Ahnung, blauen Streifen und weißen Streifen. Sieht recht nett aus. Dieses ist allerdings schon ausverkauft, also da, wenn ihr da leider zu langsam wart, habt ihr jetzt eher noch keine Chance, solange nicht der Lagerbestand nochmal ausgefüllt wird. Typisch, David, gebt euch die News immer, wenn es schon längst vorbei ist. Ja genau, also scheinbar, die News gibt es tatsächlich schon ein paar Tage, dass dieser Vinyl-Soundtrack rauskommt und ein paar Fans scheinen da durchaus ganz gerne diesen zu besitzen. Das scheint recht gut weiterzugehen. Und ebenfalls gibt es dann eine Translucent Blue Edition, wo die Discgründe einfach schön blau ist und es gibt noch ein klassisches schwarzes Vinyl, so wie man sie kennt. Das ist auch noch dabei. Und so haben ist das für 23,99 Pfund. Ich glaube, Europreis, gute Frage. 30 wahrscheinlich. 30 wird es sein, ja, so in dem Bereich kann ich mir das vorstellen. Und kann man sich auf datadiscs.com vorbestellen, wir lassen euch den Link da. Und in diesem Vinyl ist im Grunde der gesamte Soundtrack von Sonic Spinball drin, ist jetzt kein großer Soundtrack, Sonic Spinball hat glaube ich so um die 20 Lieder werden es insgesamt sein, aber durchaus ein ziemlich guter Soundtrack. Ein paar der Stücke gefallen mir relativ gut, wie zum Beispiel Toxic Caves oder das Boss-Film. Und ja, ich erinnere mich nicht daran. Weil Sonic Spinball war nicht in einer gewissen Collection dabei, die vor kurzem rauskam, wo es eigentlich einen Platz verdient hätte. Ja, einleitig. Looking at you, Sega. Sonic Spinball wäre echt so ein nettes kleines Bosespielchen für Sonic Origins gewesen. Das wäre was für die Deluxe Edition. Ja, das wäre cool gewesen. Und nicht 100 Coins. Ja, oder eine Inselkamera, die extrem stark laggt und alles. Bei dir? Ja, bei mir. Wahrscheinlich nur bei mir, keine Ahnung. Aber ja, dieses Vinyl könnt ihr euch, wie gesagt, noch vorbestellen. Glaube, All Orders will ship on or before 10th of August. Also, am 10. August ist wahrscheinlich der Release von diesem Vinyl. Da wird es dann raus geschippt. Okay, das heißt, ich werde mich auf der Gamescom mal umsehen in der Merchandise halte, weil als ich das letzte Mal da war, haben die auch viele von den Sonic-Venyls verkauft. So, von Sonic Adventure 2, Sonic Mania und sowas. Aber damals hatte ich noch nicht so viel Geld wie jetzt. Weil ich noch Student war. Ja. Mal gucken, vielleicht greife ich da mal zu, obwohl ich eigentlich lieber CDs habe, weil die sparen einfach Platz. Ja, aber man kann es ja viel besser abspielen, weil ich habe persönlich keinen Vinylplayer zuerst. David, die hatten das Thema schon. Das wird nicht ausgepackt. Okay, okay, stehen. Wenn ich es abspielen will, dann haue ich Spotify an. Oder YouTube Music oder sonst einen anderen Dienst. Ja, ich gehe mal ziemlich, keine Ahnung, ich kann das aus dem Text, der sich rauslesen, aber es kann sein, ich glaube bei Sonic Media war das auch der Fall, dass ein digitaler Soundtrack auch nochmal dabei ist bei diesem Vinyl, der man sich dann im Grunde runterladen kann. Aber kann ich jetzt nicht bestätigen, ob das in dem Fall auch mit dabei ist, weil aus der Beschreibung kann ich das jetzt leider nicht rauslesen. Aber ich glaube, das ist bei Vinyl Soundtracks hin und wieder mal üblich. Ich kenne das auch von Amazon, Hashtag Not Sponsored an der Stelle. Wenn ich mir da Soundtrack CDs kaufe, habe ich auch meistens eine Download Version mit dabei. Genau. Aber ich sehe jetzt hier auch nichts in der Beschreibung, wo irgendwie steht, dass man eine digitale Kopie dazu bekommt. Ja. Aber ja, auf jeden Fall, wirklich ein cooles Stück für Sammler. Hätte ich nicht erwartet, dass Sonic Spinball von allen Sonic Spielen so einen Vinyl Release kriegt. Aber wer weiß, was noch dazu kommt. Es gibt doch schon von so ziemlich allen anderen Spielen, welche oder nicht. Von einigen, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die alten Klassiker irgendwie Vinyl Releases bekommen haben. Also von Data Discs kannst du einfach mal auf Records klicken und da sind zumindest Sonic Mania und Sonic CD drin. Genau, ja. Ich weiß aber auch zu 100 Prozent, dass Spiele wie Sonic Adventure und sowas auch alles schon Vinyl Releases hatten. Okay, ja. Die sind jetzt da nicht gelistet und ich würde davon ausgehen, dass Sonic 1, 2, 3 Knuckles auch bereits welche hatten, aber ich bin mir nicht sicher. Ich könnte ja parallel mal kurz nachgoogeln. Ja, vielleicht bei einem Honor-Raum-Bieter zumindest, ja. Oh Gott! Oh? Ähm, ich habe nach Sonic 3 Vinyl gegoogelt und das erste Suchergebnis ist etwas verstörend. Das Bild macht mir Angst. Oh nein, wow, okay. Könnte wahrscheinlich ein Fail-Artswerk sein. Das ist natürlich ein Fail-Artswerk. Aber es hat mich gerade verwundert. Ja. Ich habe damit nicht gerechnet. Oder ist das vielleicht tatsächlich ein offizieller... Nee, nee, das kann nicht sein. mehr zu sagen, aber will ich jetzt eher nicht behaupten. Okay, dann google ich mal nach Sonic 2 Vinyl. Ja, scheint es auch nicht offiziell zu geben. Also, dann habe ich mich wohl getäuscht. Wie immer. Wie gesagt, am Anfang eingehend unqualifiziert und uninformiert. Das Motto der heutigen Folge. Genau deshalb macht man ja die Live-Recherche, damit man dann im Grunde erkennen, ob man Bullshit erzählen oder nicht. Ja, das ist auch gut so. Das macht Spaß. Ja, aber ja, also Sonics Pinball hat ein Vinyl-Release und hoffentlich auch weitere klassische Sonic-Downtracks im Laufe der nächsten Zeit. Wer weiß. Das werden wir sehen. Was wir auch sehen werden, und zwar schon ziemlich bald, sind potenziell neue Funko-Pops. Oh yeah. Und zwar ist das jetzt so ein bisschen eine kleine Leak-News, aber Sonic-Merch-News auf Twitter berichtet eben, dass diverse Funko-Pop-Leakers, also scheinbar ist das eine richtige Industrie, wo jetzt Leute einfach so Funko-Pop-Designs leaken. Finde ich auch interessant. Und diese Funko-Pop-Leakers haben dann im Grunde herausgefunden, dass es scheinbar neue Sonic-Funko-Pops gibt. Und diese sollen unter anderem Amy, Rouge, Metal Sonic, die Chaotix und noch weitere Charaktere, unter anderem auch Chao und Super Sonic mit Chaos Emeralds dann behandeln. Also ja, scheinbar gibt es da jetzt im Grunde noch weitere Funko-Pop-Designs, die auf uns zukommen werden von Charakteren, die jetzt nicht so extrem viel Merchandise kriegen. Zum Beispiel Rouge ist jetzt eher so ein bisschen Außenseiterin, was das angeht. Sehr cool, wenn sie auch ein Merchandise kriegt. Und ja, wann diese auftauchen und wie teuer die dann werden und vor allem wo diese Designs auftauchen, ist jetzt auch keine 100%ige Garantie, dass die es nach Europa schaffen. Eher schon, aber wer weiß in solchen Sachen. Wissen wir leider noch nicht. Es sind, wie gesagt, Leaks, von denen man jetzt nicht 100% die Bestätigung wieder verifizieren kann. Also, ja, muss man einfach die Augen offen halten und hier im Podcast erfährt es natürlich, sobald wir da erste Bilder, erste Designs und erste Informationen zum Release erhalten werden. Ich möchte immer noch die Werehog Funko-Pop. Ja, stimmt, der Werehog hat auch eins gekriegt. Das finde ich auch immer fasziniert. Wenn sie mir jemanden schenken möchte, bin ich natürlich offen dafür. Ich werde auf der Gamescom auch mal Ausschau halten. Da haben sie meistens sehr, sehr viele Funko-Pop-Stände und irgendwer wird sie schon haben und verkaufen. Ja. Oder ich kaufe sie mir für 20 Euro auf Ebay. Das geht auch, ja. Sieht ja, glaube ich, nicht so extrem teuer. Naja, der Werehog ist, glaube ich, noch nicht offiziell in Deutschland rausgekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten kann ich auch einfach zu GameStop gehen. Oh. Ich kann ja mal gucken, GameStop.de, die verkaufen ja die ganzen Funkos eigentlich immer, die haben die ganzen Läden voller Funko-Pops. Ja. Aber sieht nicht so aus. Hm, okay. Wonach es aber aussieht, ist, dass bald ein neuer Sonic-Controller auf dem Markt ist, den ihr jetzt vorbestellen könnt. Hm, cool. Die Überleitung, die fließen aber heute auch. Ja, sehr gut. Die Rede ist vom Sonic-Razer-Controller, den wir euch schon vor einer ganzen Weile mal vorgestellt haben. Ich glaube, das war so Anfang Juni rum? Ja, könnte ich kommen, ja. Könnte ich kommen. Und der ist eben offiziell von Razer Design. Das ist ein Xbox One beziehungsweise Xbox Series Controller mit einem Charging Stand und wie gesagt, einem speziellen Sonic-Design, was recht cool aussieht. Ich hätte den Controller nur gerne in schwarz. und jetzt ist dieser vorbestellbar und er kostet 200 Euro. Uff, okay. Das ist eine Hausnummer. Kann man nicht anders sagen. Ja, das ist nicht ganz ein billiges Matchdice für alle Leute, die gerne Sonic-Controller haben würden. Ich weiß gar nicht, ob wir damals schon den Preis hatten. Ja, ich bin mir ganz sicher, aber ich glaube eher nicht, weil das ist jetzt 200 Euro sind, überrascht mich. Ich wollte aber gerade ein Argument bringen und mir war so dann im Kopf, als hätte ich das schon mal gebracht, nämlich ich wäre bereit, das zu zahlen, wenn es der Elite-Controller wenigstens wäre, aber es ist nur halt der normale Xbox Series Controller. Oh, okay, ja. Also der Elite-Controller, für die, die das jetzt nicht wissen, der Xbox Elite-Controller, der hat noch wechselbare Tasten an der Rückseite und allen möglichen Krams, das Ding ist ziemlich hochwertig scheinbar, ich besitze ihn leider nicht, ich hatte ihn aber mal in der Hand und das Ding fühlt sich einfach geil an. Und ja. Schade, dass es für den Preis nicht ein Elite-Controller ist, tatsächlich, ja, es hätte vielleicht den Preis ein bisschen verschmerzbarer gemacht. Es scheint auch nicht in Deutschland vorbestellbar zu sein. Oh, okay. Also ich finde ihn gerade auf der deutschen Razer-Seite gar nicht, ich bin aber der Meinung, ich hatte damals mal nach geguckt, als die Enthüllung kam, aber warte, da habe ich ihn glaube ich auch nicht gefunden, oder? Es ist so lange her alles. Ja, es ist lange her. Also die deutsche Razer-Seite listet ihn noch nicht. Okay, ja. Heißt, er ist aktuell nur über die amerikanische Website vorbestellbar und auf der deutschen gibt es aber zum Beispiel auch einen Controller im Xbox 20 Design oder im Forza Horizon 5 Design und die kostet nur 60 Euro. Oh, wow. auch mit Charging-Stand. Aha. Dort Sega wahrscheinlich ein bisschen mehr Gebühren für Sonic verlangt. Ja, aber schade, dass der in Deutschland nicht auffindbar ist. Naja. Vielleicht kann man ihn sich zumindest importieren, aber das ist dann halt mit Mehrkosten verbunden. ja, wahrscheinlich eher Luft kosten, weil das wird nicht übers Meer geschifft, glaube ich, sondern mit dem Flugzeug. Schlechter Wort wird es wieder abgehauen. Hatten wir lange nicht mehr. Stimmt. Ich gucke jetzt gerade mal, wie man den vorbestellen kann. Ich will keinen Razor Care. Okay. Doch, willst du? Checkout. Ich müsste mich jetzt registrieren, das dauert jetzt zu lange. Okay, das tun wir uns nicht. Am Ende hätte ich ihn wahrscheinlich nicht einfach bestellt. So wie ich mich kenne. Ja, aber keine Ahnung, wir halten euch gerne auf dem Laufenden, wenn er in Deutschland bestellbar ist. Ansonsten aktuell vorbestellbar nur über die amerikanische Razor Website. Und versendet wird er irgendwann. Hier, Ships on July 15. Heißt, ab dem 15. Juli nächste Woche Freitag wird es dann auch versendet. Dann könnt ihr bald vielleicht einen wundervollen neuen Controller in den Händen halten. Übrigens, so als kleiner Rat, falls ihr keine Xbox habt, die Xbox Controller lassen sich auch ganz einfach am PC nutzen. Ganz genau, ja. Und für mich immer noch die besten Controller. David, sag nichts. Das wird nur wieder ein Streit. Ich kann es nicht mal bewerten, ich habe so lange keinen Xbox Controller mehr gehabt. Von der Xbox One sowieso nicht. Die Xbox 360 Controller waren allerdings recht kaum für ihr. Oh Gott, die Controller sind ja so viel besser geworden seit der 360. Ja, also ich kann da nicht mal wirklich jetzt was dazu sagen, weil ich habe keinen Xbox One Controller gehabt jeweils. Was du bestimmt auch noch nicht gehabt hast, sind die Sonic the Hedgehog Bandams, also Beeksy. Tatsächlich nicht, ja, kann ich nicht behalten. Das ist nämlich eine neue Sonic Merchandise Reihe, also Bandams gibt es schon länger und jetzt gibt es davon auch eine Sonic Reihe, nämlich mit Sonic, Tails, Knuckles und Dr. Eggman. Ich habe keine Ahnung, was man mit diesen Dingern tun kann, scheinbar kann man sie auseinander ziehen und verbiegen und keine Ahnung was. Die Arme von Eggman und Knuckles sehen ein bisschen funky aus in diesem Bild. Eggman hat richtig so Wellenarme. Oh mein Gott, schau bloß nicht in die Kommentare. Oh ja, okay. Das Eggman-Video. Ich glaube, bin ich der Einzige, dem das aufgefallen ist. Oh, das Video ist witzig. Ja, und die werden dieses Jahr im Herbst rauskommen, ob in Deutschland, unbekannt? Ja, wer weiß. Aber vielleicht, wir halten euch da vielleicht auf dem Laufenden. Es ist halt schwierig für deutsches Merchandise, die Leute auf dem Laufenden zu halten, weil wir die Releases einfach meistens nicht mitbekommen, weil außer uns berichtet so gut wie niemand über Sonic in Deutschland. Ja. So, bei den internationalen Sachen, da haben wir dann halt Tales Channel, das Sonic Stadium, Sonic Cage Dome, jede Menge YouTube-Kanäle, Sonic Merch News auf Twitter, etc., etc., super viele Quellen, an denen wir uns reichlich bedienen können, aber für Deutschland sind leider wir die Quelle und wir sind echt keine gute Quelle. Ja, wir haben nicht mal wirklich die Zeit, um uns da jetzt wirklich auf die Suche zu machen, ob das schon draußen ist oder das schon draußen ist und das ganze Zeit. ich habe auch einfach nicht die Möglichkeiten hier, also was habe ich hier, ich glaube, wir haben einen Spiele-Max, wo ich gucken könnte, wir haben halt einen Saturn, wir haben einen Mediamarkt, wo ich aber ewig weit für rausfahren muss, wir haben einen GameStop, der aber verdammt klein ist, sodass Sonic Merchandise da wahrscheinlich nicht so groß reinkommen wird. Ja. Also uns fehlen da leider ein bisschen die Optionen auch nachzuschauen und du kommst nicht mal aus Deutschland. Ja, das an dem, weil in meinem Café, wo ich wohne, da gibt es absolut kein Merchandise in irgendeiner Form, weil es keine Videospiel-Leben mehr gibt. Der letzte hat kürzlich leider geschlossen, was mich sehr traurig gemacht hat und ja, wir kriegen das Zeug nicht mal wirklich in irgendeiner Form her, da in die unmittelbare Umgebung. Ich müsste, keine Ahnung, eineinhalb Stunden fahren bis zur nächsten Großstadt. Und wir wissen ja noch nicht mal, ob mittlerweile so dieses Sonic Uno oder sowas rausgekommen ist. Okay. Also ich schaue immer mal wieder, ob man das irgendwie findet. Jetzt habe ich nach Sonic Uno bei Ebay geguckt und was finde ich? Xbox Uno Sonic Mania Nuevo Presentado. Oh, wow. Bei Xbox One, Xbox Uno, das ist halt ein spanisches Angebot. Also spanisch-sprachiges Angebot. Naja, ich schaue nochmal bei Amazon. Hashtag man sponsert. Und nein, es gibt noch kein Uno, aber das Sonic Card Game und Sonic Super Teams für 25 Euro. Oh, dieses Brettspiel, über das wir dieses Jahr berichtet haben, was dieses Jahr rauskam. Oh ja, stimmt. Mit diesen super süßen Chibi-Figuren. Oh mein Gott, ich muss es haben. Oh wow, bestimmt. Ich weiß, du willst es auch, David. Ich weiß es. Eh, wahrscheinlich. David, du willst es. Ich bin auch kein Brettspiel-Typ, ich packe das aber eh nicht aus. Ich habe auch das Sonic Boom Monopoly immer noch nicht ausgepackt. Ja. Aber ja, damit hätten wir den News-Rückblick abgegrast, um nochmal zusammenzufassen, bevor David euch noch eine persönliche Empfehlung mitgeben möchte für ein wunderbares Fanspiel. Ja. Von Sonic Frontiers gibt es ein erstes Bild der Steinsamen-Irgendwas-Dinger, wie wir sie liebevoll getauft haben. Das sind halt kleine knuffige Wesen, die in Sonic Forces, äh, Sonic Frontiers, schon wieder passiert, auftauchen werden. Es ist jetzt so leicht. Laut der Famitsu ist Sonic Frontiers zu 80% fertig. Hier noch eine kleine Rantentiz. Sonic Frontiers befindet sich aktuell in der Debug-Phase. Sonic Origins hat ein neues Speed-Stress-Video bekommen, dieses Mal zu Sonic the Hedgehog 2. In Sonic Forces Mobile gibt es einen Neuzugang, nämlich E102 Gamma im Codename Gamma-Event. Und außerdem gibt es einen Teaser für Paladin Amy. Name noch nicht final. Wir wissen noch nicht, ob das hier Name sein wird, glaube ich. Äh, in Sonic Dash ist Omega verfügbar. Grob auf Sega bezogen, Yuji Naka dreht durch, habe ich diese News getauft, aber am Ende gibt es einen Streit zwischen ihm und Naoto Oshima. einem ehemaligen Freund und, ja, Mitarbeiter bei unter anderem Ballin Wonderworld und der Sonic-Reihe. Äh, der Sonic Speed Simulator hat ein neues Update bekommen mit Mechanic Tales. Sonic Spinball erhält einen offiziellen Vinyl-Soundtrack. Es gibt neues Merchandise, nämlich vermeintlich neue Funko Pops bald, dann ein Sonic-Controller von Razer, der ab jetzt vorbestellbar ist und ab nächste Woche schon, oder ab dieser Woche schon, verschickt wird, und die Sonic Band Amps. Und für die weiteren News und Updates müsst ihr nächste Woche reinhören. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an David, der ein für ihn wundervolles Fanspiel gespielt hat. Ich habe es leider noch nicht ausprobieren können und er möchte darüber jetzt nochmal ein bisschen reden. Ja, genau. Im Grunde nur eine kleine kurze Empfehlung. Ich werde das nicht irgendwie das ganze Spiel reviewen in dem Sinn. Doch. Aber okay, los geht's. 10 von 10, bitte spielen. Äh, ne, also die Rede ist von Sonic and the Fallen Star und das kann man verstehen als klassisches 2D-Sonic, also Classic-Sonic-Gameplay mit den klassischen Sonic-Designs und es erinnert so ein bisschen an Sonic Before und Sonic After the Sequel für all jene, die diese Fanspiele gespielt haben und es ist ein komplettes Fanspiel, also es ist bereits rausgebracht worden, auf YouTube gibt es einen kleinen Trailer und in der Videobeschreibung gibt es dann auch den Download-Link, man kann sich da einmal das Spiel holen und netterweise sogar den gesamten Soundtrack, der eigens für das Spiel komponiert wurde und großartig ist, also wirklich ein sehr toller Soundtrack. Und ja, also Sonic at the Fallen Star ist im Grunde beschreibt die Geschichte von einem Stern, der vom Himmel fällt und Dr. Eggman will sich den Stern krallen, weil er sonderbare Kräfte hat und dieser Stern zerspringt dann in verschiedene Einzelteile und Sonic und Tails versuchen die Einzelteile zu bekommen, bevor Eggman sie in die Hände kriegt und der Aufbau ist relativ ähnlich wie in den ganzen klassischen Sonic-Spielen, es gibt zwei Acts, im ersten Act gibt es einen Miniboss, im zweiten Act dann einen Bosskampf, meistens gegen Dr. Eggman und ja, keine Ahnung, ich habe das Spiel wirklich sehr genossen, es hat, es ist relativ lang, also es gibt insgesamt, Moment, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Zonen, also mehr als die klassischen sieben, die man üblicherweise hat. Und beim nächsten Mal lernen wir die Zahlen ab zehn. Eins, zwei, sorry, aber weil du gerade einfach durchgezählt hast, konnte ich mir das nicht wegkneifen. Ich habe tatsächlich gerade den Soundbreak aufgemacht und da jetzt noch nachgeschaut, okay, wie viele verschiedene Zonen gibt es und das dann einfach durchgezählt. Aber ja, es gibt neun verschiedene Zonen, was durchaus eine ziemlich stolze Anzahl ist für ein Classic-Song-Spiel und natürlich auch eigene Special-Stages, mit denen man die Chaos Emeralds verdienen kann. Die Special-Stages ungepatcht sind extrem schwierig. Also die fünfte Special-Stage hat mir ein paar Versuche gebraucht. Ich habe den regulären Durchgang mit den Chaos Emeralds unter anderem deshalb nicht geschafft. Ich habe mir die Chaos Emeralds im Nachhinein nochmal per Level-Select holen müssen für den Final-Bast dann. Aber ja, ich glaube, die Special-Stages sind inzwischen auch ein bisschen gepatcht worden. Also es ist inzwischen auch, seit ich es gespielt habe, ein neuer Patch rausgekommen, der ein paar Probleme fixt, wahrscheinlich Bug-Fixes und eben die Special-Stages ein bisschen erträglicher macht, was ich sehr toll finde, weil, huff! Aber ja, ist einfach ein sehr tolles Classic-Sonic-Projekt, ein vollständiges Projekt vor allem auch. Es ist nicht einfach nur eine Demo, sondern wirklich ein komplettes Spiel von vorne bis hinten, das einfach wirklich sehr viel Liebe zum Detail aufweist, sehr viele coole, kreative Ideen, besonders hinsichtlich der Basskämpfe hat. Und klar, man merkt hin und wieder, dass es ein Fanspiel ist. Es ist jetzt nicht irgendwie den Polish und die Qualität von dem regulären Sonic-Release, aber das ist in dem Fall das Wichtigste. Wahrscheinlich nehme ich mehr. Ja, ganz ehrlich, also gemessen an der Tatsache, dass ich die letzte Woche jetzt das sehr viel gespielt habe und Sonic Origins irgendwie liegen geblieben ist als Konsequenz, weil ich einfach nicht so viel Zeit zum Spielen gehabt habe, könnte man sagen, dass mich dieses Spiel tatsächlich ein bisschen mehr motiviert hat. Aber das liegt auch daran, dass... Die Spiele kennst du ja auch alle schon. Ja, eben. Das ist ja auch ein entscheidender Faktor dabei. Das würde ich gerade sagen. Also Sonic and the Fire Star war halt ein unter Anführungszeichen neuer Release, während Sonic Origins halt als alte Spiele waren, die ich schon rauf und runter gespielt habe. Aber ja, also wie gesagt, Empfehlung geht von mir auf jeden Fall raus, ist ein wirklich toller Titel und kann ich jeden Fan von Classic Sonic Gameplay wärmstens auf Herz legen. Und auch wenn man Sonic Before und Sonic After The Circle noch nicht gespielt hat, sollte man das nachholen, weil auch diese Spiele sind sehr tolle Fanprojekte. Und Sonic and the Fire Star hat einiges an Inspiration aus diesen älteren Projekten geholt und daraus ein wirklich tolles eigenständiges Projekt gemacht. Ist sehr toll gelangen und große Empfehlung geht raus von mir. Ja, also schaut es euch gerne an. Einen Link zum Trailer findet ihr in den Weblinks zum Nachlesen. Da findet ihr auch alle News, die wir hier heute abgegrast haben. Die Weblinks zum Nachlesen findet ihr sowohl auf YouTube in der Videobeschreibung als auch im kommenden Newsbeitrag von Spindash oder auf spindash.de. Ironischerweise habe ich die letzte Folge mal wieder vergessen als Newsbeitrag zu schreiben. Ich gebe mir Mühe, dass ich das schnell nachziehe und dann auch gleich den Newsbeitrag zu dieser Folge veröffentliche, damit ihr nicht immer extra auf YouTube gehen müsst, um euch die Links anzuschauen, falls ihr uns nicht auf YouTube hört. Ansonsten, folgt uns gerne, bewertet uns gerne, unter anderem könnt ihr das tun auf Spotify, auf YouTube oder bei Apple Podcasts. Und da freuen wir uns selbstverständlich auch über ein paar Kommentare auf YouTube natürlich, unter den Folgen auf Apple Podcasts könnt ihr kommentieren, indem ihr eine Bewertung hinterlasst und da gerne auch ein bisschen Feedback mit reinschreiben. Falls ihr das nicht so öffentlich machen müsst, schickt uns gerne eine E-Mail an goddapodcast at gmail.com und denkt aber bitte dran, dass das Feedback konstruktiv sein sollte und ihr nicht anfangt, uns einfach super zu beleidigen und alles. Ja, das wäre sehr, sehr uncool. Es ist noch nicht passiert, das muss ich dazu sagen. Ich wünsche mir, dass das so bleibt und bisher ist das eigentlich immer sehr gesittet auch in den Kommentaren, das finde ich toll. Und falls das alles nichts für euch ist, haben wir noch unseren Discord-Server, den ihr auf jeder Plattform direkt in der Folgenbeschreibung findet und auf diesem Discord-Server könnt ihr nicht nur mit uns in Kontakt kommen, sondern auch mit der spin-dash.de Community. Das ist eine Community aus deutschen Sonic-Fans, also hauptsächlich Sonic-Fans. Wir haben mittlerweile auch ein paar andere Gäste da, so für ein paar Zockerrunden, aber der Großteil von uns sind Sonic-Fans, da könnt ihr mit diesen Sonic-Fans diskutieren über die neuesten News zu unter anderem Sonic Frontiers zum kommenden Sonic Movie 3 und viel, viel mehr. Und falls ihr auch für Sonic Forces Mobile mal ein paar Gruppenspieler sucht, da findet ihr auf jeden Fall welche, weil wir haben ein paar sehr begeisterte Sonic Forces Mobile-Spieler auch in der Community. Ja, also Sonic Forces Mobile ist sehr aktiv in unserer Community, da gibt es immer wieder mal Infos und Leute, die einfach hin und her schreiben und sich zu Spielen vorabreden. Finde ich sehr toll. Und ein kurzer Kommentar an den lieben Vater von Lizzy, weil mir das gerade einfällt, wo ich so diesen Spin-Dash-Podcast-Channel hochgescrollt bin. Da gab es nämlich die Frage, warum hacken die denn auf den Sonic-Spielen so rum? Ich dachte, das sind Sonic-Fans und erst mal danke fürs Hören und die Antwort darauf ist, würde Sega mal gute Spiele machen, müssten wir nicht darauf rumhacken. Das ist, klingt traurig, klingt böse, aber es ist leider so. Es ist leider eine traurige Wahrheit. Wir würden, also, wenn es nach uns gehen würde, würden wir über Sonic schwärmen, wie wir noch könnten und über die ganzen tollen Sonic-Spiele, die rauskommen, aber es geht leider nicht nur nach uns. Dafür haben wir den... die Filme. Ja, dafür haben wir unter anderem die Filme und anderweitige Projekte wie die Comics und das alles, die durchgehend großartig sind. Aber bei den Spielen können wir leider nicht wirklich das gleiche beachten. Aber vielleicht kommt diese Zeit ja wieder und außerdem gibt es Fanspiele, die sehr toll sind. Genau, unter anderem Sonic hätte vollen Star. Also ich habe immer noch ein Auge auf Sonic Neutrogic Panic, weil das habe ich damals zu Sage schon gespielt, das ist im Prinzip quasi ein Boss Rush mit kleinen Level-Abschnitten zwischendrin. Es hat einen unfassbar genialen Soundtrack gehabt und das wurde glaube ich damals von einem 13-Jährigen entwickelt. Ich glaube, er war 13. Oh wow. Auf jeden Fall relativ jung und ich habe das Spiel im Blick und immer wenn da Updates kommen, es sieht halt einfach super fantastisch aus und da bin ich sehr, sehr gespannt auf, sehr, sehr gespannt drauf. Also grafisch ist das schon echt toll. Ja, wenn wir bei Fanspielen sind, es sollte ja auch bald wieder Sage sein, also ich glaube im September ist es wieder soweit. Im September, ja. Und da gibt es auch wieder einige sehr coole Fanspielprojekte, die wir dann im Podcast sicher auch nochmal näher vorstellen und erwähnen werden. Und hey, vielleicht schaffen wir es dieses Jahr auch mal wirklich Spiele zu spielen und nicht nur so zu sagen, ja, wir spielen noch ein paar Spiele. Also ich habe voll spielt. Ich versuche jedes Jahr immer so ein paar Spiele reinzubringen, aber es werden immer weniger und weniger, weil die Zeit einfach nicht da ist. schlifft. Aber darauf freuen wir uns auf jeden Fall und jetzt verabschieden wir uns erstmal von euch. Nächste Woche sollten wir planmäßig eigentlich wieder da sein, wenn sich da jetzt nicht noch etwas ergibt, so, keine Ahnung, David entzündet sich spontan selbst auf der Straße oder ich Kartoffel. Genau. Dinge, die halt einfach so passieren. Spontan in eine Kartoffel. Ja, ich verwandle mich spontan in eine Kartoffel. Wer kennt es nicht? Genau, ich hasse es, wenn es passiert. Bauern hassen diesen Trick. Und ja, wir wünschen euch natürlich eine wundervolle Woche. Macht es nicht gut, macht es besser. Wir sehen uns dann hoffentlich in alter Frische am nächsten Montag wieder genau hier, hier auf eurer Podcast-Plattform eurer Wahl. Ja, macht es gut. Tschüss. Ja, bis dann. Habt eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann. Bis dann.